15 Minuten dauert es, dann hat sich Leipzig erholt. Der Ball kommt zu Vincent Rabiega. 1-1 Ausgleich, Sonntagsschuss von der Strafraum Kante. Vincent Rabiega, der polnische U21-Nationalspieler, lässt einen raus. Jaaa! Zürft Siebek und der sucht Palacios. Aber da war eine Hand in den Spielkrankjäger. Eben ins Körper. 1-1 nicht unverdient, der Ausgleich. 3-1. 3-2-1, 2-1. 3-1.